Weiteren Content zu Schweizer Ultras findet ihr bei Swiss Ultras Tradition. Am gestrigen Abend spielte der FC Zürich auswärts in St. Gallen. Rund 2000 Zürcher fanden den Weg nach St. Gallen. Und dies mit drei Extrazügen. Dies führte zu einigen Kopfschüttlern. Wohl verständlicherweise, denn bei rund 2000 Fans hätten wohl auch zwei gereicht. Unverständlich ist dies auch deshalb, weil die Ostkurve letztes Wochenende fast nur einen Extrazug erhalten hätte. Und dies auch bei rund 2000 Gästen in Genf. Die Ostkurve schrieb dazu, mittlerweile hat die SBB in den Untiefen von ihrem Rollmaterialbestand ganz plötzlich doch noch einen zweiten Extrazug gefunden. Und auch die Muttenzerkurve erhielt nur einen nach Zürich gegen den Rekordmeister. Fraglich ist allgemein die Verteilung der Extrazüge vor allem in der Hinsicht, dass die Südkurve zum Beispiel auf Überdon zwei Extrazüge erhält. Dummerweise hat der Gästesektor nur 600 Plätze und somit würde einer locker reichen. Dies wird auch im Hinblick ersichtlich, dass nicht mehr als 600 Gäste das letzte Spiel besuchten. Auch weitere Ausgaben der Extrazüge sollen hier kritisiert sein. So wurde der Bierkurve Winterthur und dem Sektor I4 auf Genf ein Extrazug verabreicht. Bekommen sind dann knapp 200 Gäste, was deutlich zu wenig ist. Vor allem der Copsuit Lausanne und Challenge League Clubs haben aber deutlich zu wenige erhalten. So bekam Lausanne genau auf Genf und Überdon einen und in der Zweitklassigkeit sind sie sowieso rare Ware. Liegt natürlich auch an deutlich tieferen Auswärtsfahrerwerten. Zudem sind auch kritisch zu betrachten die Ausgabe an Extrazügen in kurzen Distanzen. Vor allem erwähnenswert wären hier Winterthur nach Zürich und Zürich nach Luzern. Denn Extrazüge sind eigentlich auch dafür da, weite Distanzen zu überbrücken, vor allem in der Hinsicht, dass ab und zu sonst keine Verbindung nach Hause mehr besteht. Somit wäre ein Extrazug von Basel nach Lugano deutlich verständlicher als ein Extrazug für den Grashoppers Club Zürich nach Winterthur. Es gibt auf alle Fälle sicher noch Diskussionsbedarf. Folgt uns für mehr.